So, wir sind jetzt hier heute. Heute ist die Laura dabei und eine Freundin von Laura. Wir sind hier nämlich heute im Trampolinpark und jetzt geht's los. Das ist so anstrengend. Laura, so ich habe das einmal in Australien gemacht und die haut hier einen Trick nach dem anderen raus. Zeig doch, was du kannst, Laura. Aber sie hat das nur einmal vorher in Australien gemacht. Okay, Laura hat das ganz krass und springt in dieses rote Kissen rein. Sie ist gerade noch in dieser Konzentrationsphase. Und sie machte es, sie wagt es hier. Oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Angeber! 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 So, ich muss sagen, auch ich werde alt, denn das Trampolinspringen war gestern richtig anstrengend, aber es hat Spaß gemacht. Und ich denke, die anderen hatten auch Spaß. Fragen wir mal Laura. Laura, hattest du auch Spaß? Ja, ich hab Spaß! Die Freundin von der Laura ist dann später noch zurück nach Christchurch geflogen, da wo sie gerade lebt. Das war eigentlich auch schon von gestern. Und heute mache ich wieder was an meinem zweiten freien Tag. Und zwar warte ich hier, dass ich jetzt abgeholt werde. Von irgendeiner Freundin von Laura oder einer Bekanntschaft und so. Aber was wir letztendlich machen, das sieht man, denke ich, erst im nächsten Video. Bis dann!